Hallo Freunde! Herzlich Willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Das waren ein paar unfreundliche Banditen hier. Schau mal, es sind aber keine Old Riscos. Die haben wohl mal erledigt. Die Fähre hier sind dezent in Aufruhr. Wie drücken sie sich da eigentlich mal wieder? Das ist jetzt ja schon gut. Hey! Beruhigt euch! Beruhigt euch! Jetzt müssen wir untersuchen. American Paint. Nein. Okay, kann ziemlich schnell werden. Der wenige. Was ist bei unserem? Ja, kackt einfach mal hin. Oh, weit nicht zu viel. Weit nicht zu viel. Weit nicht zu viel. Weit nicht zu viel. Du kommst dann mit. Weit nicht zu viel. Okay. Werkzeug. Verbandskasten. Hey! Bauen wir aber nix. Bauen wir aber nix. Premium Zigaretten. ... ... ... ... Hä? Wo sind diese Zigaretten dann? Nirgends, hm? Doch hier. Wovon sind wir denn voll? Von denen zum Beispiel. Okay, jetzt noch normale Zigaretten. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Warte. Nix drin. Oho, ein Waffenkoffer. Ein Gewehr. Rostig, aber hey. Pump-Action-Flinte. Reinigen. Gut. Gut. Halt. Ne, 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 ne. Achso, wir müssen wieder unsere sozusagen zurücklassen. Oder so. Unsere Waffe sollten sie ja hoffentlich erhalten bleiben. Ha. Wir haben eine neue Schrott-Flinte. Zwar eine deutlich bessere vermutlich. Vor allem weil die besser ist zum Nachladen. Waffenöl. Ahja. Waffenöl. Ahja. Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Eine Truhe. Und dann rum. Kann man nicht öffnen. Kann man nicht öffnen. Was? Was machst du? Warum nimmst du zum Bogen? Kräfte zum Bogen. Mehr Gingsehen können wir nicht nehmen. Okay, das ist dann steil für Trierer. Was war mit diesen Leuten hier verkehrt? Oh, 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 oh. Großer Schmuckbeutel. 50 Dollar. Normal 50 Dollar. Yes. Jackpot. Einfach mal 100 Dollar und das ist noch ohne den Schmuck. Weil die Leute hier so blöd und unfreundlich sind. Okay. Wo kommst du mit uns mit? Das wird vielleicht unser neues Pferd. Das wird vielleicht unser neues Pferd. Das ist noch nicht geworden. Lebt da eigentlich noch, wo der nirassert? Kann sein, dass der gar nicht mehr lebt. Was? Was werden wir dringend sehen? Wir sind ja eh auf dem Weg zu Lagun, ne? Komm mit! Komm mit! Nicht zurückfallen! Auf ne Stute! Ich sag' ne Karabuse ist hier. Oh doch, er ist noch... Ich seh' jetzt gerade das Rot am Radar. Also, er lebt auf jeden Fall noch. Oder, ich weiß nicht, jetzt ist er aufgewacht jetzt. Da liegt wieder Schnee. Wir gehen wieder hier hin. ا, da ist der Typ. Da ist es geil. Da ist es. Oh nein, oh nein! Wie fang sind. Du bist gut, Frau. We sind nicht mit dir. Wann? Seil! più不明! Wie fang ist das ist, der Typ? Oh nein! Schlauch! Blöcker, blöcker, blöcker Alles gut hier Meine Güte, hier ist richtig alles schon voller Schnee Wo sind es denn für die Lagunen da oben? Ein sehr kaltes See vermutlich Ah, da ist auch Spaß Oh, und uns ist kalt Das ist nicht das richtige Gewand für diese Gegend Ähm Das Problem ist nur, dieser See ist zugefroren Eigentlich wollte ich den Typen hier absaufen lassen Aber das fällt wohl ins Wasser Oder nicht Das ist so dick, dass die Pferde drauf laufen können Da ist alles eingefroren Da ist schon lang keiner mehr Oh-oh 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 Ich seh da hinten ein Wald Ist das ein Pferd Hey, das ist Warte mal Das ist unser Pferd Das ist unser Pferd Das ist ja auch fort Dann fangen wir jetzt hinab von hier Hier oben ist es zu kalt einfach Ah, das hier war wahrscheinlich das Ganze, wo alles angefangen hat Genau Wird hier das Haus gewesen sein vielleicht Keine Ahm Okay, ähm Dann gehen wir uns mal hier hin Oh, du kommst auf jeden Fall mit Pferd Du bist unser, wahrscheinlich unser neues Pferd Da soll ein Weg sein Da soll ein Weg sein Müssen wir ihn wohl klaren Ja Wärmere Gegend kommen Ja 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 Ich glaube, dass wir in eine wärmere Gegend kommen Ja 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 Boah, so viele Tochtebäume Boah, so viele Tochtebäume Dann fangen wir uns bald wieder zu Ende Ja 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 Das ist nicht der Weg, den wir vielleicht doch genommen haben, wie wir aus den Garten hier runtergekommen sind Ah, da haben wir Wasser Und da gibt es ein legendäres Tier Was denn ferns? Der Wolf war ja da oben Irgendwo Ja Das sieht man gar nicht, ist gar nicht angeschrieben Das legendäre Tier hier sein soll So Da sind wir Ah, hier waren wir schon mal Hier waren wir mal so ein Elch oder was gejagt Ja Hier geblieben Hier geblieben Hier geblieben Aber jetzt gehen wir weglaufen So dann Betonschuhe sind leider noch nicht erfunden Dich 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 Er kommt EZ girl just taking this off okay nächstes ziel wieder nach valentine ich gleich da runter rätten besser nicht einfach dem navi vertrauen ja 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 Was zum... ...fuckers, ein... ...hier... ...hier... dem verkehrt gewesen kann man auch nicht halten hab ich mir gedacht jetzt zum Funtanen Das ist immer nur Cracker. Kekse. Das macht einen richtigen Unterschied. Das ist noch Valentin. Nö. Das machen wir in dem Part noch fertig. Was? Was? Ah ja tatsächlich. Was ist dein Problem? Und hier sind wir. Toll, das ist natürlich jetzt Nacht. Das ist der Pferdantler. Wie zu haben. 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 Er ist aber noch da. Hey Kumpel. So spät noch wach. Wie zu haben. Wie zu haben. Wie zu haben. 200 Dollar wieder. Ach, nehm das ganze Zeug. Nimm's. Wir bauen das ja nicht alles. Sehr. Gregor, sagen wir, dass du noch offen hast. Pferde, naja. Ähm. Aufrüsten, was heißt aufrüsten? Settler. Also, wie man das da für einen Unterschied macht. Kann man das irgendwie unbenennen? Hm. Können wir wohl so nicht... Wir nennen. Vielleicht sollen wir keine Papiere dafür haben. Äh. Nein. Gut, Freunde. Das war's wieder für diesen Part. Und ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.